willkommen zurück leute zu diddy kong in racings und heute dreht sich alles um euer lieblingsthema heißluft fritteusen ja also willkommen hier bei qvc wir haben da ein angebot in der placement für eine astreine astreine heißluft fritteuse kommentare das ist eine lüge also was willst du jetzt mit heißluft fritteusen was ist dein thema ja bist du kein heißluft fritteusen fan ich habe sie zweimal benutzt okay ich weiß nicht also es ist ein bisschen besser wenn du die pommes darin machst wie im backofen mit umluft aber am ende des tages ja man macht ja nicht unbedingt pommes also jetzt auch eigentlich die pommes los ich mache sehr selten pommes aber also weil sich halt ganz viel in der heißluft fritteusen machen sind kroketten und es war jetzt kein großer unterschied meiner welt natürlich also wenn ich mal auch nie ja aber ich finde den backofen auch voll okay du hast ein backofen ist kein backofen ja ich habe einen in meiner küche stehen aber der funktioniert nicht hast du auch für teuer gekauft ja ich weiß auch nicht ob ich den bezahlt habe das ist so eine ganz komische dann hoffen wir mal nicht wenn der nicht funktioniert ich weiß auch nicht ich habe mir den gekauft und mein papa hat den ja für mich eingebaut ja logischerweise wer soll und nicht klar also ich würde mich besser stellen wäre bei mir nicht anders genau die geschichte grüße aber das ding ist die also das halten herz mit backofen zusammen so ein gerät halten ja und er ging dann auch und er ging und ging und ging einfach und irgendwann ich habe abends noch was im backofen gemacht und am nächsten tag ich hin mach an geht licht nicht an mache ich so die temperatur an geht auch nicht an und ich weiß nicht warum irgendwas kaputt gegangen okay das ist echt scheiße aber 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 oben geht er noch also er hat er geht doch ja mal hin ja sonst hätte ich natürlich ein problem aber ja gut dann brauchen aber wie was in der pizza in der mikrowelle ja gar nicht normal damit keine pizza ist so tiefkühlpizza also ich sagte wie es ist eine tiefkühlpizza wenn ich die Wahl ab wenn eine pizza bestellen beim also wenn es nicht pizzerpizza ist dann würde ich sagen immer tiefkühlpizza viel lieber eine schöne ofenfrische zehnmal geiler wie irgendeine pizza vom 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 italiener das ist so lost ne ich hasse die die schmecken so langweilig und ja kennst ich weiß auch nicht woran das genau liegt ich habe wenn ich jetzt wieder darüber nachdenken möchte ich eigentlich das problem ist ich habe kein bargeld zu hause gerade das heißt ich müsste erst mal geld holen um mir was zu bestellen aber wenn ich jetzt darüber nachdenken habe ich schon wieder bock jetzt zu einem pizza zu bestellen zwei natürlich ich bestelle die nur eine ja ich bin fett aber ich habe es auch vor zwei wochen oder so habe ich mit pizza bestellt weil ich da wirklich richtig lange auch bock drauf hatte ich habe das nicht nur aus meinem kopf bekommen ich weiß nicht wo das ist doch von früher früher als kind war das so geile pizza zu bestellen und das war und das war so ein genuss ne ich weiß nicht das hat so gut geschmeckt so eine schöne italienische pizza du dachtest dir so boah giovanni komm weißt du wie das auch früher war dann früher war es auch so da hat man eine bestellt und war damit zufrieden und heutzutage würde eine schon schon allein allein nicht gehen weil ich mich nicht entscheiden könnte welche ich brauche aber sagen halbe so halbe so das ist unanständig das macht man nicht das ist das machen voll viel das kannst du einfach machen näher macht das würde mich nicht trauen ach nee nee aber ja aber früher war das so und ich habe dieses gefühl wenn ich darüber nachdenke immer noch aber wenn die pizza dann da ist und man rein weiß dann irgendwie macht es das dann nicht mehr das ist glaube ich daran dass alle sachen überhaupt nicht mehr so lecker sind wie sie früher waren ist so oder nicht schmeckt mehr so gut wie es damals geschmeckt hat ist einfach fade fakten früher weil jetzt heutzutage die ganzen pizzerien nur steuerhinterziehung macht zum einen das sind alles nur attrappen zum einen das und zum anderen irgendwelche geschmacksverstärker werden bestimmt verboten worden seien seit den 90ern und seitdem schmeckt alles essen scheiße meint es ist so ein plastikstroh ein ding wahrscheinlich das könnte auch sein ja also das ist ja das ist das kann man sich ja gut vorstellen oder die gute chemie früher noch sie haben uns vielleicht krank gemacht aber lieber lieber zehn jahre weniger leben und dafür die ganze zeit lecker essen anstatt zehn jahre länger leben und du musst 50 jahre fraß essen ist wirklich so ne jetzt mal ernst ja ich weiß auch nicht warum das so ist aber deswegen also ja ich werde auch demnächst wahrscheinlich mir irgendwann mal wieder eine pizza bestellen und wieder enttäuscht sein aber dieses gefühl vorher ist aber zu krass ich war letztens enttäuscht ne ich war bei pizza flitzer und jetzt muss man dazu wissen dann das ist eine aktion leute das ist nicht einfach ich bestelle mir eine pizza und schön wie jetzt ne das läuft wie folgt ab ich muss losfahren eine halbe stunde bis nach branche dann fahre ich zu famila weil ich dann nach der halben stunde natürlich auch auf toilette muss von dieser toilette aus bei famila bestelle ich dann die pizza online dann muss ich noch 15 minuten bis sie durch die gegend cruisen bis ich die abholen kann dann hole ich die ab dann fahre ich wieder eine halbe stunde nach hause hofft dass ich in derzeit nicht wieder scheißen muss und dann esse ich sie und dann hat man auch schon so viel zeit damit verbracht und so weiter dass man eigentlich gar keinen bock mehr auf die pizza hat und dann 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 ist man zwei stücke und denkst du so das hat sich wirklich nicht gelohnt das war viel zu viel aufwand und vor allen dingen die pizzen das sind dann zwei 26er pizzen die kosten zusammen 26 euro was ja plus die fahrt der junge lässt sich auch immer über das ohr ziehen ist die beste pizza zwei 26er ist schon ein bisschen zu teuer 26 euro ja ist auch die beste pizza ne wie gesagt das heißt die qualität mit ähm nur so ein ich sag jetzt mal so äh so rein strategisch gesehen strategisch ja wäre es sich sinnvoller jetzt kommt's wenn du die pizza ein bisschen früher bestellst damit du nicht nach dem kacken noch 15 minuten warten musst weil na ich kann das ja nie so richtig planen es ist ja einmal der weg dauert ja ein bisschen ja aber selbst wenn du kannst die pizza ja auch fünf minuten später abholen ja aber dann ist ja noch kälter ja ich würde die maximale wärme nie stellen die doch auf den ofen ja und die sind doch nicht dumm nee das ist mir nicht das ist mir nicht geheuer ich weiß noch nicht wie lange ich auf Toilette brauche und so ne das ist alles das kann man nicht machen wie gesagt aber eine halbe stunde weg kann auch noch viel passieren dann hast du wieder viele lkws und dauert das zehn minuten länger das ist das ist ja gut mach ich ja auch nicht so oft aber die liefern nicht ich muss auch sagen die liefern halt nicht in dem gebiet das eine halbe stunde entfernt ist mit auto logischerweise ne ja also der 40 kilometer von mir ja gut so groß ist der lieferradius dann nicht haben sie auch nicht nötig weil jeder in Bramsche bestellt da ja gut so das ist den laden gibt es seit seit ich ein kleines kind bin also seitdem ich weiß ich nicht acht bin oder so ja jetzt erinnere mich noch an Edna alter du eklig bei uns war es ja da damals da Pino in Brian Achma die gibt es immer noch ne Pizza Jumping schön mit Hähnchen Brustfleisch und Hollandaise das war der heiße Scheiß ich vermisse Pizzeria Edna jeden Tag jeden Tag wenn ich da vorbeigehe zum Einkaufen jetzt ist da so ein neuer drin da habe ich einmal bestellt ich musste fast kotzen wusste fast kotzen ja wirklich das war auch wieder ey ich weiß auch nicht hier machen manchmal so imbissläden auf ich weiß also das kann nur irgendwas illegales sein es ist so abartiger Müll teilweise ach man ey und ich wohne ja hier auf dem Land ich kann ja auch nicht bei Lieferando bestellen es gibt nichts es gibt nichts das bei Lieferando liefert nicht eine Sache aber ist auch besser so sonst würde man immer bei dieser einen Sache bestellen egal wie beschissen die ist ja ich hatte nämlich mal eine die wo ich bestellen konnte wobei die war auch gar nicht so schlimm ja das will man sich dann schön ja die hatte die hatte als Dessert Crepes zum verkaufen ah ok das hat ja nicht verkehrt die waren ganz lecker muss ich sagen ja da könnt ihr auch eine Geschichte erzählen hab ich dir die schon erzählt bestimmt weiß ich nicht also dass die Crepes kommen mir bekannt vor aber ja erzähl was ja bei uns war Kirmes ja und dann bin ich einkaufen gegangen und auf dem Weg zurück bin ich halt über der Kirmes geschlendert na so ja und dann war da ein Crepes stand dann dachte mir so und da war nicht Ricky drin nee nee war es enttäuscht bestimmt nee dann bin ich da hingegangen und hab gesagt so hallo dann können sie die auch einpacken und dann habe ich zwei Crepes gekauft schön mit Nutella natürlich ne zwei Crepes mit Nutella Gönnung dann bin ich weitergegangen und ein Stück weiter am anderen Ende der Kirmes sag ich mal guck ich jetzt schon fühle ich jetzt schon steht ein Crepes stand denke ich mir so oh die Verkäuferin ist aber hübscher nein Spaß und dann war da so ein Crepes stand und dann bin ich da hingegangen und hab so gefragt hallo die zwei Crepes waren natürlich in meinem Rucksack hat ja keiner gesehen hallo können sie einpacken auch zum mitnehmen die Familie zuhause und dann hat die gesagt ja und dann hat sie gesagt ja gut dann würde ich ja mal zwei Crepes mit Nutella nehmen dann bin ich nach Hause gegangen so schön auch mit meinem Einkauf da war ja auch noch viel zu essen drin und dann ich wünschte mir gerade dass das hier Kirmes ist und dann habe ich mir da schön vier Crepes mit Nutella reingegrenzt Alter nach einem Crepe mit Nutella ist mir schlecht ne ja das ist auch wie schlecht war dir danach jetzt mal ernsthaft das kann doch nicht ohne Folgen gewesen sein es ist hinten raus diese extreme Masse auch an Nutella und so man merkt das es macht so ein leichtes Übelkeitsgefühl kommt schon auf aber es überwiegt doch die Freude dass man unendlich Crepes hat würde ich sagen ja und die Crepes haben vier Euro gekostet also habe ich dann 16 Euro Crepes gekauft 16 Euro für Crepes und weißt du was ich dann gemacht habe dann hast du ja weiß ich nicht am nächsten Tag dachte ich mir das macht die nochmal hallo können sie die auch reinpacken die Crepes sehr gut ne hat die nochmal 16 Euro in eine Crepe investiert man muss ja auch gucken dass das Geld sinnvoll investiert das ist wohl wahr ja gut war eine gute Zeit ein gutes Wochenende ich kann es ehrlich sagen ich bin jetzt ein bisschen neidisch tatsächlich ja so eine Kirmes schon was Gutes ja ich glaube hier gibt es ja keine Kirmes wir sind zu klein ja ne hier war jetzt mal wieder Kirmes seit längerer Zeit früher war ja wie was war denn da ja komm er war ja hier er war ja draußen gefährlich zu sein ja ja Corinna die hat sich immer verfolgt da gab es dann keine Kirmes für ein paar Jahre ich weiß noch wie wie ich auf dem einen Weihnachtsmarkt direkt vor meiner Tür nichts kaufen konnte weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht geimpft war weil er ist kurz danach geimpft ach so und die haben Kontrolle gemacht ja nee weil ja wahrscheinlich ich hab es nicht versucht ne da standen ja Schilder von wegen du darfst ja zwar rüber gehen aber du Hurensohn darfst nicht kaufen äh wirklich ja klar Junge wie geil äh komm lass dich darüber reden ist äh wansinnig ne wie wir das wissen äh ja ja da konnte ich dann auch keine ich hab mir da ja immer gerne zu sein als ich durfte wie heißt es ähm wie heißen denn diese diese spanischen gilt wie das spanisches äh ja hier Churros Alter Churros mit Vanillesoße ne ooooh das wundert mich nicht ne auch letztes Mal kam bei mir einer in Stream da hatte ich auch gerade gesagt ja das mag ich gerne ne meinte auch so jemand das wundert mich nicht also Bruder was ist denn los mit dir was soll das das für ein Hurensohn wie jetzt doch Respekt oder so nee 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 und ein anderer das war am gleichen Tag vielleicht war da noch Hateralarm an dem Tag ne meinte dann so sag mal wieso sitzt du denn hier drin es ist doch draußen scheint auch die Sonne naja nicht ernst gemeint ja doch meinte der Ernst auch so Digga gehst du auch in Lidl und sagst dem Verkäufer so Bruder was machst du hier drin draußen scheint die Sonne hallo ich arbeite also manchmal denkt man sich weh was wollen die Leute von allem sind die alle dumm es gibt so viele dumme Leute heutzutage das ist unfassbar das ist halt das Internet hat es hat auch Schattenseiten das muss man halt ehrlicherweise sagen auf jeden Fall aber ja Schurros hab ich lecker also mag ich lieber als Crêpes also ich mag Crêpes auch aber Crêpes will ich zum Beispiel nicht mit Nutella nehmen sondern mit irgendwie was mit Kirsche oder so weil Nutella ist mir zu mächtig ja das ja vier das beim vierten merkt man das ich merke das schon beim ersten aber das ist halt so geil ich liebe das das ist auch so ein bisschen Kindheitserinnerung irgendwie ich hatte als Kind ich hatte als Kind nicht ein Crêpes nicht eine wir waren ja dann oft in Frankreich im Urlaub und da gab es die dann immer da hat man die dann auch im Supermarkt der gekauft so Crêpes ja für mich und es ist bei Kindheit da klingelt da klingelt der Langosch weil wir in Ungarn ja waren da gab es halt immer Langosch das war jetzt übergeil aber ja aber apropos wir waren ja eigentlich bei der Heizung Fritteuse absolut immer noch und in der Heizung Fritteuse was ich da halt hauptsächlich mache sind halt so Chicken Nuggets Chicken Nuggets das erholte ich mir aber auch nie aber kann man da drin natürlich gut machen das ist halt mega geil und was ich letztens auch da drin gemacht habe waren so Mini Schweineschnitzel ja das geht auch das geht alles bei meinem Ding war ein Kochbuch dabei mit verschiedenen Dingern und eine App wo auch noch verschiedene Dinger da dann immer wurden neuer aktualisierte geile Rezepte waren das war irgendwie von Philips zwei Kammern der OptiFry ja das ist halt übertrieben ne ja das war die übertriebene Zeit für Woll und Kornel da musste man da musste das Geld irgendwo hin da musste das Geld irgendwo hin die Massen ne ich kann es nicht ausgeben das ist zu viel ja glaube ich mir mal ein OptiFry warum nicht ja ja aber ne man dachte ja das geht immer so weiter aber dann wurde Kornelider depressiv und hat mir alles kaputt gemacht weil ich mich damit zerstört das stimmt gar nicht das ist eine Lüge Leute naja es war so schwer ja ich weiß mich auch mit Volo aufzunehmen das stimmt aber mit dir auch ich habe immer so Tage so 2-3 Tage ne 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 du hattest auch mal Phasen die richtig lang waren ja gut dann hast du wirklich gemerkt ja doch das vergisst man ja ich habe die Videos halt trotzdem auch noch alle gemacht dann umso ne du musst es nur kommen nur nicht da hinsetzen und rumheulen das ist ein Leben scheit ist weil du fett bist das war dein einziger Job ey ich muss auch manchmal Spiele spielen auf die ich keine Lust hatte ja das ist anstrengend das ist auch so eine Sache ne das äh ich meine jetzt spielt er immer in Diddy Kong Racing das ist ja schon ne große Leistung ich habe gar keinen Bock ja aber das ist deine Arbeit ja mach ich doch auch ja hab mich einmal jetzt beschwert über Diddy Kong Racing wenn der Busfahrer keine Lust hat gerade den Bus zu fahren kann er auch nicht einfach raussteigen das ist was anderes und das weißt du auch warum ist das was anderes weil das was anderes ist auf der Arbeit hab ich ja auch immer da haben wir in 8 Stunden am Stück da gestanden und gekocht ja und deswegen sind wir und vor allen Dingen auch du in der Situation in der du jetzt bist weil du nicht mit der gleichen Arbeitsethos an das rangehst ja weil das was anderes ist das geht nicht ja weil du jetzt kann das nicht weil du nicht den Chef hast der dich sonst feuer hat ja Gott sei Dank ja deswegen macht man das doch oder ja aber dann muss man irgendeinen Vorteil muss das Ganze hier noch haben den habe ich da ja schon voll ausgeschöpft den haben wir den haben wir beide voll ausgeschöpft stark richtig gutes Leben das trifft es wirklich also anders kann ich auch nicht beschreiben die ganze Situation wenn jemand fragt also Bruder stell dir mal ein richtig gutes Leben vor dann weißt du wie meins ist ja ich will halt auch irgendwie so auswandern irgendwo hin wo es schön ist hä wirklich? ja wo man jeden Tag stell dir mal vor wir würden irgendwo leben wo wir tagsüber tagsüber ans Meer könnten oder so und dann in einen schönen Pool und da ein bisschen ein bisschen ein bisschen Leben genießen den Tag über und dann abend schön einen weg streamen gemütlich ja das habe ich immer zu dir gesagt und du wolltest die ne ich ziehe nicht weg ja doch mittlerweile ja dann nehme ich dich mit wenn ich auf Madeira ziehe ja da komme ich mit komm mal sofort ja mach mal wenn ich da dein leib eigener Sklave der für dich einkaufen geht und so du bist da mein Alan das mache ich hauptsam weg schön auf Madeira da ist immer eine gleiche Temperatur immer so zwischen 18 und 24 Grad das ist da glaube ich immer das geht ja noch und du musst halt überlegen das ist eine Insel das ist am Meer das heißt wenn da 24 Grad sind ist es halt noch ein bisschen frischer als hier das heißt und das ist und das Ding ist das ist halt das ganze Jahr über das heißt du hast immer die gleiche Temperatur das heißt du musst dich nicht anpassen auf einmal ist voll heiß und voll kalt oder so das ist richtig angenehm glaube ich ja klingt nicht verkehrt wie gesagt und so am Anfang in der Nähe des Meeres zu wohnen und so wäre schon ist schon was Schönes ne ja ich sag dir wie es ist also ich hoffe dass ich irgendwann mal rauskomme aus diesem finanziellen Loch und sobald das der Fall sein sollte und ich einigermaßen handlungsfähig bin dann möchte ich auf jeden Fall ans Meer ziehen das ist also ich denke mal mit diesem Let's Play haben wir einen guten Schritt ja machen wir hier große Schritte so ich hoffe ihr lasst viele stabile Kommentare da ne und dann können wir stabil ans Meer ziehen gönnt mal dann reden wir auch darüber ja wie geil das ist wie scheiße euer Leben ist und wie geil unser Leben ist dann drehen wir den Spieß mal um deswegen haben wir wahrscheinlich nicht so deswegen sind wir nicht im Mainstream weil wir äh weil die Leute wollen eher die Leute haben auch alle so ein schlechtes Leben und die wollen halt ein gutes Leben hören ne ja weiß ich nicht ist man da nicht ist man da nicht auch ein bisschen von Neid zerfressen das nur ich ja ich weiß auch also ich höre ungerne von den gleichen Problemen die ich auch habe ne also davon höre ich ungerne aber wenn Leute andere Probleme haben wie ich die auch scheiße sind dann finde ich das ganz gut ehrlich gesagt dann höre ich gerne zu ja deswegen und ich bezweifle jetzt mal dass die meisten Leute die gleichen Probleme haben wie wir ja nicht so viele also wahrscheinlich schon ein paar aber die müssen das hier erstmal finden das ist unwahrscheinlich deswegen da kann man sich aber wir kriegen das alles hin das Leben ist ja noch lang hoffentlich das sagt er so ne das sagt er so wenn wir jetzt straight up auf heute abnehmen dann vielleicht aber heute muss ja noch einmal an Big Chase hier reingedrückt werden ne boah ich möchte so mein Junge ich weiß schon ich weiß gar nicht wenn ich das letzte Mal bei McDonalds war irgendwie vor 15 Jahren oder so ne nicht ganz aber ich habe so Bock auf McDonalds vor 15 Jahren war er das letzte Mal bei McDonalds ich wette du hast da sogar bei McDonalds wo du bei mir warst hast du dir was von McDonalds geholt Bruder du hattest keine 15 Jahre ja aber das könnte schon fast das letzte Mal gewesen sein als ob also bei mir ist ungefähr drei Tage her glaube ich boah du führst so ein geiles Leben das ist halt ich sag ja gutes Leben stell dir ein richtig gutes Leben vor vorne oh man ey und weißt du was das geilste ist unser McDonalds da muss man mit keinem reden da kann man einfach an den Automaten gehen dann kannst du da die Doppelsoße anklicken für den Big Tasty und fertig ist die ist die Lauge irgendwann drücken sie in die Hand da ist schon eine KI oder wie unterwegs nee ich finde das nicht eine KI so ein Automat klar der Automat ich drücke da an was ich haben will ja und dann kommt ein Mensch der zusammenpackt und sagt einmal die 208 und dann geh ich da hin die KI die da steht hat den Menschen hinter der Kasse obsolet gemacht das ist auch wieder ein Mensch ohne Zukunft in dieser Welt tatsächlich nicht es gibt trotzdem noch eine Kasse hast du das unterstützt ne nee es gibt trotzdem noch eine Kasse für Leute für Leute für Leute die die nicht mit Karte zahlen wollen oder es vielleicht auch nicht können wer weiß das schon also finde ich fair für mich dass ich auch an die Erbsen der Erben denke also wenn ich wenn der P-Konto wieder durch ist man hat nur noch Bargeld ja wenn ich beim P-Konto am Anfang des Monats plündere dann muss ich da an den Child heran weißt du das so ich habe es nur ich habe das letzten Monat gemacht weil ich nicht ganz genau wusste wieso gewisse Dinge funktionieren und ich hatte Angst dass sie mir mein Geld wegnehmen aber ne alles gut niemand nimmt dir dein Geld weg Niemand du hast so wenig Geld die können dir das nicht wegnehmen boah Bruder doch mir wurden jetzt 800 Euro runtergepfändet alter Leute der ist 800 Euro weniger in der Miese müssen wir mal reinziehen geil nur noch 60.000 dann schätze ich die keine Ahnung andere denken sich jetzt so dann hast du doch deine Schulden fast bezahlt oder das finde ich auch immer so süß wenn ich so ein Zappeton gemacht habe und dann kam dann so weißt du hast du am Ende so 2.000-3.000 Euro und dann kommen schon die ersten Leute und sagen ja dann jetzt hast du deine Schulden wahrscheinlich schon alle alle bis durch es kommen jetzt nur plus 500 diesen Monat also die Stadt plus 5.500 ja nee aber aber genau aber wir haben junge ist eigentlich ist jetzt eigentlich hier haben wir mehr Geld diesen Monat ja so hast du brauchst du zumindest ja ich glaube das ist so noch mehr also ich sage ja immer noch man muss erst mal überhaupt so viel verdienen dass man das voll kriegt das halte ich halt noch halte ich noch für ein Problem das finde ich gar nicht so einfach ja naja gut ne mein Konto ist mein Konto ist zu voll aber da kann man halt nicht ran ne tja Leute das sind Probleme die wollt ihr nicht vertraut mir dann liegt das immer drei Monate auf dem Konto und wenn du drei Monate lang dann halt das zu viel hast dann fänden sie es dir runter so deswegen habe ich jetzt 800 Euro verloren weil ich seit drei Monaten die 800 Euro im Plus habe ja tja Leute wie viel habt ihr im Plus schreibt es uns boah ja schreibt mal in die Kommentare schreibt mal wie viel wie viel theoretisch du nähen könntet das aber nicht tut weil ihr weil ihr Hater seid hat jemand einen sechsstelligen Kontostand safe safe hat dir jemand einen und gönnt nicht ja klar oder mir kriegst du einen nur wenn du nicht gönnst so Leute wir sind aber auch drüber drüber weit drüber wir sehen uns beim nächsten Mal und dann heißt es wieder Diddy Gong Racing Ole Ole bis dann und ciao tschüss